herzlich willkommen für meine folge karte in thüringen schönen sonntag wie freitag freitag vor freitag kommt durcheinander wir werden jetzt unseren radlader holen und dann schauen wir mal die kleinen hier und dann werden wir ein bisschen heu und stroh zu kühlen bringen erstmal stroh sei es stroh immer gleich mal ein werfen und dann klein vor der wagen klappt auch super dann unser kleiner müncher oder oben oder doch und da hoch genug hoch genug nur noch reinfallen weg ist er bleibt nur ein hinterher den Rest werden wir einfach rauswerfen können wir ja mal mit dem Berliner wieder reinschmeißen zack er hört nicht optimal und so kann die Türe alles kriegen die Lage brenne was sagst du? wasser? oder genug? ja jetzt schauen wir wieder den Spruch der kennen wir ja das ist ja allingens ich habe gleich in der Türe ich bin so viel glatt an der Licht wenn man gleich mal den anderen wegfahren top move top move Hier werden wir gleich ein Licht aufbauen und mal sehen, was los ist. Ich habe nicht genügend Geld. Tatsächlich. Hier werden wir die Banken anfragen. Hier werden wir die Banken anfragen. Hier werden wir die Banken anfragen. Hier werden wir auch kippen. Ja, das ist... Na ja gut. Man müssen einen Fadsprayer haben, da ist der Punkt. Den brauchen wir nicht suchen. Das ist immer noch etwas nicht vollkommen, sagen wir mal so. kann auch daran liegen, dass beide zusammen sind. Das Prinzip das Räume, die ich noch nahe trennen muss. Stroh war hier vorne gewesen. Könnte es auch daran liegen, dass der Anna für den Machen einen Punkt hat? Bist mehr. Sollt noch mehr rein. Tja, das... Ich bin schon mit Kumpel, ne? Kann ich mir nicht erklärt, ist aber schon. Den Brau noch beim Stroh. Ach, muh. Also ich wundere, das sind alles Bullen an der linken Seite. Hier im Euter. Das muss am Spiel liegen, dass da keine männlichen Tiere vorgelegt werden. Vielleicht kommt das in Alphonse-Version. Aber das ist Spekulation. Weil, jetzt ist er aktuell so. Ey. Wenn er hängen bleibt, ist gut. Ich brauche nämlich zwei. Mist-Haufen ist voll. Mann, Junge. Ich kippe doch woanders hin. Achso. Oh, der Kleine macht sie ganz gut. Bei der Konsole lässt sich auch gut arbeiten. Okay. Inneren seht's. Oh, das ist ja nicht mehr real. Das ist ja... Ups. So. Jetzt wollen wir den Fokken für den Strom für den anderen Start. Oder aus. So, mal ganz kurz. Blocking. Das ist nicht gut. Mitten in der Nacht ist es doof. Oh. 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 Ja, das ist echt bescheiden. Sag mal so, ne? Woll ich noch nicht weiß. Dernichts wird auch gleich wieder weg. Blocking. Weil der ist normalerweise jetzt für hier vorgesehen. Also macht keine zwei Maschinen auf dem Feld. Macht ein. Mit ein Vorgewände. Könnte vielleicht was erklappen. Da muss ich noch ein bisschen arbeiten. hundert prozent glaube ich nicht, aber dann geht er wieder hin auf der linken Seite, ah ok ich habe nichts gesagt weil wenn der eine spinnt, wird der andere ausspenden also 28 würde ich immer voraussichtlich nicht kaufen dann wird er auch schon fertig ach so wäre wohl ok also die andere Richtung, dunkel ist mal blöd hier gehts weiter hier sollte er ja nicht arbeiten dann hat die Spur gewechselt jetzt soll das halbwegs klappen hier wird noch Probleme geben und da auch aber gut das erleben wir heute nicht mehr so bolle 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 wir werden mal schauen wo wir die Stroh abkippen können das müsste hier eigentlich am anderen Ende sein ich traue die Tasse überall meine Dinger sind ja sehr wendig, das ist das Gute bei so, wir schauen mal was hier vorne geht das ist doch eigentlich eigentlich irgendwo hier gehen nein da gestoppt das wäre nicht fein das wäre nicht fein noch nicht Kühe Stroh ich nehme mir eher, dass ein Punkt nicht erreicht ist da drin da drin nur da ich drücke erstmal die Variable, der haut noch wieder ab und jetzt wird er weg da da sind wir den Nordpol, da kann er halt auch mal ein bisschen ich will er nicht mehr das könnte sein, dass wir so dicht dran sind da ist es Tell me. Oh, Entschuldigung. Auf jeden Reh, guck doch. Gut, jetzt Brennstroh. Guck mal da, wo Wischotter war. Der Mann ist schon komisch, dass er erst da war und dann weg. Da ist der Punkt drin. Die ziehen denn her. Ja. Ah, nee. Das ist ein Mannsfall. Der ist aber noch ein bisschen stolz drin. Ah, nee, nochmal. Wir müssen bald eine Woche freigören. Gut, schlecht. Da kommt jetzt die Tafel zuhause. Vier Tage. Wenn ein Fieber kommt, geht mal jetzt. Fieber, das ist schlecht. Guck mal. Hier ist kein Schroo zu sehen. das ist ja schon mal ein kubisch wo ist denn ein buggy Ich weiß ja gar nicht wie man das einstellen könnte, wo man den Trecker sehen könnte, aber weiß ich es nicht. Wasserbälle festgefahren. Geulich. Warte. Gut, vielleicht ist da auch kein Strom mehr an. Ich fahre mal wieder rein. Das war ein anderer Fahrrad. Das war der andere Punkt. Lernen noch. Das ist ein Nachbar Punkt. Das war ja noch nicht vorgesehen. Deswegen habe ich hier einen zweiten geholt. Weil... Das ist nicht sauber, Leute. Dann denkt er, muss das so wenig nach dem Lehrgriff. Das tauchen ist voll. Mist, tauchen ist voll. Oh, da ist doch nicht voll. Ich meine, nun kann ich verstehen, wieso man... ... leider nicht getestet wird. Aber alles ist gut. Aber alles ist gut. Ich habe es nicht gefahren. Es ist ein ganz schönes Fahrrad. Ich habe es mal gefunden. Und hier. Es ist echt gut. Und dann geht es mal da. Also wenn ich jetzt hier. Grüß ihn!